Ich kann damit leben. Wirklich? Bist du sicher? Na sicher. Wir haben schlechten Empfang. Ich kann es nicht mehr aushalten. Dafür oder dagegen? Ich werde es nicht bereuen. Ich fühle mich nicht gut. Bist du sicher? Geht es dir gut? Ich kann es nicht mehr aushalten. Alles okay bei mir. Du bist okay? Passt es dir? Wir müssen reden.